jo moin ihr lieben da sind wir wieder zu ja ich überlege gerade so ein bisschen länger her dass ich das letzte mal gezockt habe hier liegt irgendwie ein feuer belohnungslage öffnen ich habe keine ahnung ich weiß gar nicht was ich hier machen wollen aber hier blinkt irgendwie so viel ich weiß es ehrlich gesagt nicht naja schauen wir mal wie es wird so ich habe mir immer ein glimmstängel organisiert wenn ich auf die ich auf die karte gucke dann bin ich hier irgendwo kiki fleisch piki fleisch austausch posten wird keine ahnung was ich hier soll aber hier rechnen irgendwie so sachen aber warum kann man auch verbrennen aber das hier kann man anziehen das ist ja spannend jetzt hier fleisch verbrennen ja ist klar ist klar ich will doch bestimmt wieder alles wieder voll editierbare umwelt schnell weg wir wollen was brandschatze das ist ja geil ich habe echt alles anziehen sehr cool will ich das ja ich mache das jetzt auch mal ausprobiert haben hier das heruntergefallen was auch immer weiß keiner so genau hier brennt alles so ein bisschen hier das brennt jetzt auch aber ich sterbe gleich nur wenn ich mich selbst also mal sehr gut aber so richtigen sinn scheint das nicht zu erfüllen oder also so ein richtiger richtig echten zweck hat das nicht was ich hier gerade vorgestellten die sind und brennbar ja jetzt kann man das jetzt ist das durchgebraten jetzt kann man das dann auch benutzen das hier das sieht doch so aus als könnte man schau an so warte mal nein was haben wir denn da schönes großelchhaut affenfell jackfell geile nummer würde ich mal sagen hier fleisch ist bereits voll und hier labern die ganze zeit irgendwelche leute hier wird es natürlich geil wenn ich hier noch so ein mammutfell fetzen ganz besonders seltener gegenstand ich muss gleich mal auf die karte gucken dann müssen wir mal gucken was wir hier was wir überhaupt machen ey ich hab grad keinen schimmer was wir hier gemacht haben warum wir eigentlich hier sind da unten stehen irgendwelche von meinen leuten rum also ich weiß nicht das letzte mal da hab ich ganz viele feste um den ehemigen scheiß kaputt gemacht da ist jetzt was ist das so eine sache des guten tons ha 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 oh 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 das sieht irgendwie feierlich aus alter das sieht irgendwie feierlich aus wo das sieht wie das sieht wie das ist wie ich Für die paar Fehlern, ob sich das gelohnt hat. Alter, was ist das? Ich meine, Elche sind so groß, es ist halt so, oder? Ja, es ist tatsächlich so. In einer Schulterhöhe von teilweise zwei Metern, so ist das natürlich halt irgendwie schon, ja. So, ist halt so. Okay, alles klar, gucken wir mal auf die Karte, was wollen wir denn hier eigentlich Schönes machen? So, wir haben den, er wurde für die Wernjab beansprucht und dann habe ich ihn gleich niedergebrannt, geil. Unbekannter Ort in dieser Richtung, hier haben wir noch ein Leuchtfeuermittel. Ich würde sagen, jetzt muss das schon wieder dunkel werden, das ist doch... Achso, wir hätten so gerne davon ein paar, die benutze ich sowieso nicht, was soll's. Ja, genau. Ich brauche ein paar Pfeile, damit ich da die Keule in die Hand nehme, merkst du ja immer. So, Schloffi, wo bist du? Alter Schwede. Okay, das hilft der Karte irgendwo? Ich stehe doch gar nichts auf der Karte. Also zumindest nichts dazu. Alter. Das soll doch wohl so ein Großegg sein, oder? Okay, scheint aber eher, eher flüchtig zu sein, als aggressiv. Kann ich aber abhauen, während ich hier mal zu meinem tollen Headshot anlege, ey. Gibt so nicht. Blödmann! Pass auf damit jetzt. Das ist voll blöd. Was? Oh. Oh. Oh, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Nein, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Geh mal weg, bitte. So, noch ein Goals, ehrlich. Shit. Whoa. Oh. Alter, 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 Alter. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, 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 ja. Uuuuh, hu, 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 hu. Das war knapp. Das war viel zu knapp, um gut zu sein. Autschen. Und das da hinten sieht auch nicht so richtig gut aus. Lass mal schnell weg. Aber der hat hier den geilen Herrschblatt gemacht. Wo ist der Scheiße? Also, der hätte ja kein Befugnisblatt gemacht, sondern der hat hier den... Na, wie hast du? Den Elch hat er hier platt gemacht. Den hätte ich gerne jetzt. So, hier hätten wir irgendwo bewegen sollen. Fuck da. Den hätte ich gerne. Großelchhaut. Quasi selbst gefarmt. Also selbst jemanden aber dann wegge... Weggesnickt. So, hier haben wir, Alter, schwer ist das hier. Hier sind wir auch alles voller Bären, ne? Das ist auch echt scheiße. Voller... Hast du nicht gesehen, ey? Man kann diesen Dingern einfach keinen Headshot verpassen, ne? Das ist echt ätzend. Weiß nicht, ob die irgendwie immun sind gegen Headshot oder sowas. Muss ja. Kann ja nicht anders sein. So. Wo ist jetzt hier mein... Da ist das Lagerfeuer. Töte alle Gegner. Schauen wir mal, ne? Wo ist das Lagerfeuer? Lass mich einfach in Ruhe oder lass ich dich auch in Ruhe? Wie wär's? Oh. Das wär fast in die Hose gegangen, würd ich jetzt mal sagen. Kann ich ja den vorbeischleichen? Schauen wir mal, ne? Was ist das Lagerfeuer? Okay. Krillisch. Kampfernerstabber. Alter. Das sind alles Wölfe, ja? Alter, ihr Dödel aber viel Scheiß rum, ey. Meine Herren. Das ist das Lagerfeuer. Das ist das Lagerfeuer. das war schon nicht so aufregen ich mein gut ich aber auch schön verkackt aber so ein bisschen fleisch drin sein das feiern das schenken wunderschöner aussichtspunkt bevölkerung erhöht ja so feuerlöchern hast du noch was dabei hier belohnungslager und wie sieht mit dir aus oh obo ho meine eigene ob ich die entfälle überhaupt schaden mache ich weiß kein menschen würde vermuten ein zehn pfeile geil ich glaube das schaffe ich nicht mehr keinen bock mich mit einem ganz anderen scheiße anzulegen das ist nicht so meins gerade das sieht irgendwie nach einem weißen irgendwas aus weiß der schneeleopard hast du nicht gesehen irgendwas was haben wir denn bergstier das könnte er hier sein höhlenlöwe so was in der richtung wird das wahrscheinlich sein nee auf mahmat habe ich jetzt irgendwie noch überhaupt keinen bock das weiß ich nicht was das da da warum hallo stirbt heute noch abgeschlossen ist ja hier noch hochgekraxelt gekommen der kleine sack ich bin ohne bohden bin ich immer ganz schön aufgeschmissen ist eigentlich gar nicht so gut kann ich hier noch ein paar aufsammeln habe ich hier alle versemmelt da ist noch einer gewesen hier ist noch einer gewesen aber dann war es auch schon mal shit nicht so gut nicht so gut kleiner genau danke für diesen unglaublich coolen kommentar wo ist mein jongen hier ja hier schön so so nicht schwieriger so feile hallo aber fertig streichen herzhaft der will mich echt fertig machen ein anderer youtuber steuert den und will dass ich hier nichts gebacken kriegen ich bin gespannt ob ich da wieder hochkomme jetzt die 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 hier wieder jede menge scheiß geil ist auch blut von oros cool geil ist dass ich eigentlich schon wieder gar keinen schimmer habe wo ich überhaupt so direkt hin will ich bin jetzt hier mal rauf und gucken ob das funktioniert und dann da zu dem zu dem ereignis hinlaufen ich könnte es dann langsam bedenken mit den klamotten ein bisschen eng werden oder gibt es das hier in dem spiel mit klamotten und so was ist das das hier denn da ach da oh wo verkackt war ich bin nicht so groß geworden würde mal alter was wolltest du denn geh weg kalt hier ist kalt hört sich auch so sollte ich mich hier glaube ich mal tunlichst rausbewegen wenn mir hier kalt wird ich habe da noch überhaupt kein schimmer wo ich eigentlich bin da 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 gibt es noch irgendwas so wir haben ja ein gutes stück karte neu läuft feuer brennt das ist jetzt schon wieder irgendein außen posten soll ich jetzt schon wieder außen posten mache ich mal man 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 stirbt sich ja natürlich so nach vorne aber dann da schönes lagerfeuer wieder auf erstellungspunkt bla bla schlicht haben bitte jammer bla 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 da kann ich auch hin cool machen wir das nochmal was soll's schon wie sieht das denn mit feilen und so aus das sieht ganz gut aus das soll ja dann jetzt hier sein warte auf den einbruch danach so wurde ich am lagerfeuer aus okay dann fragen wir uns jetzt noch einmal ganz kurz wo ist das lagerfeuer ein großer ich fristen nur nachts hier nordgelb blatt mal was für ein lagerfeuer hier ja klick klick ja das soll man machen ich sage euch ja jahre jahrelange erfahrung als fahrtfinder jetzt kannst du total knicken okay also ich soll jetzt hier am lagerfeuer das machen wir jetzt einfach mal so äh 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 da bis zur abenddämmung das machen wir einfach mal es ist total egal dass einen da auch niemand aufspürt halte ich auch jetzt nicht für so realistisch aber was soll's ich bin schon im alligator quasi ins maul gesprungen und leben wieder daraus entfleucht insofern was sonst so ich habe bis zur abenddämmung gewartet es ist abenddämmung der dämmerung und hier bin ich so ein bisschen im gebüsch verkriechen oder was ist das spannend was hier alles gibt unglaublich vielleicht soll ich heute ja mal nachts durch die gegend marschieren hier so was ist jetzt hier das kann ein bisschen unspann folge den leuchtkäfern um den grob ach so alles klar ok akzeptiere ich doch glatt ich folge den leuchtkäfern ich folge den vater hier geht's lang da geht's lang hier geht's lang leuchtkäfer leuchtkäfer leuchtige leuchtkäfer leuchtkäfer die sich vermehren aha so das ist jetzt also das wow tötet und heute den große wenn ich doch bloß allein wäre das wäre jetzt voll geil gewesen alleine gewesen wäre das alles hier für mich hätten und so so ist der scheiß rot da 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 den muss ich denn da töten das sollte ich lieber lassen so die direkte konfrontation oder das glück ist mir die klubaktion ich werde die richtig reich gerade jetzt und geweibe ich noch mit dem weise so viel über den kamin hängen wie ich das in 100 jahren vielleicht mal machen möchte kann kann man denn eigentlich was was war das jetzt noch mal ein braun bär da muss ich auch mal ganz gut gucken kann ich aber schon 10 der fehlt mir noch hier eine schwarze jaguar der bären sind außen vor bären kann ich gar die schon ich alles zugeschissen hier mit einem monster so die jungs ja der elch platt gemacht sie längst links machst du fröhliche jagd ist alles schon von vom rotwild platt gemacht obwohl ich gar nicht weiß ist eine elch überhaupt rotwild ich weiß ich habe keine jäger scheuen vor allem nicht hier ist alles voller tapir haute was schon wieder alle verschockt kommt schon ernsthaft was habe ich hier so mit den pfeilen rum eigentlich voll am rum asen so fall ist noch was übrig oder ist das alles weg so was war das stirbe nicht mein freund ich drücke es doch ganz doll so schnubbel wo bist du tot da kommst du du bringst du dann gleich erstmal einen rudelwölfe ist auch eine geile idee aber ne lass mal ach komm also mal ich kann ja nicht einmal stehen bleiben so für nen netten screenshot nee nee wutschi 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 weißt das? ja ok das ist schon wieder der scheißbär oh Alter hau ab geh weg komm nicht zu mir nimm die anderen nimm die anderen die schmecken viel besser ich schmecke nach sarkaspus und altem leder das ist nicht so schön wenn der jetzt hierher kommt bin ich geliefert ok pass auf also hier ist der hörlenbär sehr schwer ja habe ich gesagt das ist schon mal gemerkt unbekannter ort konnte diese einzige ein unbekannter ort säbelzahntiger hier haben wir noch ein leuchtfeuer schwierigkeit schwer und hier hatten wir noch ein außenposten schwierigkeiten mittel paar mamos das ist auch alles schon schnee hier ne da wäre ich wahrscheinlich schon probleme habe überhaupt lebend hinzukommen bevor ich erfriere das ist auch schon unbekannter ort klingt auch schon sehr geil schwer ein lagerfeuer das schwer ist und das ist auch schwer hier ne da würde ich aber immer noch eigentlich würde ich mal wissen wie man hier hinkommt das habe ich schon zweimal versucht ich bin jedes mal gescheitert da habe ich jetzt überhaupt keinen bock mehr drauf jetzt weil das sowieso gerade an der zeit ist porte ich mich doch einfach mal ins Dörfli zurück mach da eine kleine pause und dann sehen wir uns wieder nächste woche äh und dann schau ich mir das mal an und mal gucken ob ich da nicht in dieses blöde in diesen blöden ort reinkomme dann wird es zwar mal wieder schwer aber das werden wir ja dann sehen also wie gesagt jetzt hier kurz einmal ein bisschen abblöden und machen und tun und das mache ich gleich und dann sehen wir uns in der nächsten woche wieder bis dann ciao 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 ciao